Hallo und herzlich willkommen! Heute wieder mal ein Testvideo eines echt richtig coolen Artikels von Funke in diesem Fall, den Tornadowirbel. Es handelt sich hierbei um ja diesen Bodenkreisel, der sich dann selbst noch mit einer Düse in die Luft katapultiert. Es gab es schon mal als Basejumper oder als Superofo von Veko und jetzt gerade wiederbelebt von Funke im Zuge diesen Artikels und wir schauen uns einfach mal an, ob der Artikel auch so cool ist wie die ganzen Anleihen von Funke. Viel Spaß! Ja wir kommen zurück zum Test der Funke Tornado. Die Teile sind natürlich geil. Tornado, Funke. Wie? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017